hallo und willkommen zu einer neuen tierlist auf dem kanal so habe ich mir jetzt einfach mal gedacht passend zum sommer ich weiß nicht was genau mit sommer zu tun hat wirklich rank ich jetzt einfach mal ein paar früchte und wir werden mal schauen was für früchte ich hier gut finde was in meinung zu früchten ist erstes anders auf pizza absolutes mies schlecht an sich ist das wirklich anders essen ich weiß dass alles ist zum einen richtig scheiße zum schälen also zum 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 fruchtfleisch bekommen ja ich würde es trotzdem auf okay sagen weil es ist doch ziemlich gut ziemlich stabil und ja auch wenn ich kann nicht allzu viel davon essen weil sich meine zunge davon auflösen ich habe gehört dass das irgendwie ziemlich normales ergebnis ist von ananas essen ich weiß nicht wie es beschreiben soll dass allgemein ananas seine zunge einfach komplett auseinander nimmt äpfel ich würde die sogar auf epic packen weil ich finde äpfel so die richtigen äpfel die sind richtig geil gibt äpfel die sind richtig geil und dann gibt es so einen apfel wie mit dem ich mit dem ich öfter aufnehme mein gott ich hasse mich jetzt schon aber äpfel sind ziemlich stabil ich habe ich letzte ziemlich viele äpfel weil wir in der arbeit immer so eine schüssel obst kriegen und das irgendeinem grund niemand äpfel will und dann liegen die halt immer da drin und ich gehe dann immer vorbei und denke mir so joo äpfel ja da habe ich jetzt bock drauf und dann grab ich mir immer so einen apfel und esse ihn dann in der pause einfach ähm ja gibt auch solche psychopathen die äpfel schälen zum essen weil ich überhaupt nicht verstehe warum würde man einen apfel schälen wollen also da fehlt schon irgendwo ganz weit ähm boah was ist das kann ich mir mal ganz kurz grafik in den neuen tab öffnen das ist aprikosen ich glaube das sind aprikosen äh ich sehe auch aprikosen sonst hier nirgends aprikosen habe ich ewig nicht mehr gegessen ich würde die einfach mal auf ich würde aprikosen essen wenn äh wenn nichts anderes da wäre und ich mich so ich müsste für ein obst entscheiden und es wäre nichts anderes da oder so und ich will einfach gerade obst essen dann will ich schon aprikosen essen aber ich würde jetzt nicht in den supermarkt gehen und mir denken so yeah aprikosen ich brauche jetzt unbedingt aprikosen ja ne bananen allerdings ich kaufe das was heißt ich kaufe das öftere bananen bananen würde ich öfter kaufen wenn ich nicht so verdammt Angst davor hätte dass da eine fucking spinne oder so drinnen ist ähm ich bin da wirklich manchmal überwinde ich mich und dann nehme ich so ein packen bananen mit aber manchmal denke ich mir so so bananen wären geil aber ich will keine spinne mitkaufen ich würde bananen ähm aber hinter äpfel packen glaube ich ich glaube bananen hinter äpfel ist okay biernen bin ich kein freund von ich bin echt kein freund von fucking biernen ich weiß nicht was es ist es ist basically ja nicht viel anders wie ein apfel außer der geschmack und ich irgendwie mache ich den geschmack anscheinend nicht weil eine bierne gibt mir nichts so ich kann eine bierne essen aber ich würde es auch nicht machen so wenn ich so die entscheidung hätte dann würde ich lieber nichts essen als eine bierne also natürlich bin ich jetzt am verhungern oder so aber wenn ich jetzt obst will und dann nur eine bierne da hab dann würde ich keine bierne essen ähm ich sehe gerade da oben das bild heißt sogar aprikose ok das sind brombeeren da kann ich mir aber auch noch mal ganz kurz die grafiken brombeeren ja ich muss ich also sicher würde ich essen wenn nichts anderes da ist ich habe auch da schon wieder ewig keine brombeeren mehr gegessen ähm ja kann ich nicht viel dazu sagen ich kenne brombeeren auch ich sehe das gar nicht das ist gut ähm ich kenne brombeeren auch eigentlich größtenteils von diesen von diesen haribo dingern die waren aber auch nicht mehr ganz die waren aber auch nicht sogar die haben halt nur noch zucker geschmeckt und darum geht es aber gar nicht ich darf die gar nicht mit rein bewerten ähm brombeeren an sich würde ich essen wenn nichts anderes da ist aber ich würde lieber eine bierne kursen nehmen als brombeeren äh das sind cranberries wenn ich es richtig erkenne ja cranberries kann ich mich nicht daran erinnern dass ich die jemals probiert habe ich meine vielleicht waren die irgendwann mal bei einem essen was ich bestellt habe also dabei und ich hab die dann mitgegessen aber ist jetzt nicht so als hätte ich ähm jetzt hätte ich spezifisch jetzt cranberries gekauft und gegessen also ich packe die auf never tried kann ich nicht viel dazu sagen das sind russinen oder ne datteln datteln ist dasselbe schicksal datteln habe ich auch tatsächlich noch nie gegessen in meinem leben ich weiß eigentlich gar nicht wieso aber ich habe noch nie datteln gegessen krass eigentlich ähm jetzt kommen wir zu erdbeeren erdbeeren sind ziemlich stabil und auch wenn das tier jetzt hier oben heißt oh mein gott beste frucht immer bestes bestes frucht immer ähm welche hier oben wahrscheinlich mehr reinpacken das ist einfach so S tier das stabiles A tier erdbeeren absoluter favorite also was heißt absolutes favorite von mir ich liebe erdbeeren über alles wenn es so richtig geile erdbeeren sind dann könnte ich dir davon zwei kilo am tag weg snacken problem bei erdbeeren ist immer du hast immer wenn du ein das ist aber ein gegenpunkt gegen tiers du hast immer wenn du erdbeeren kaufst ist mindestens eine da drin in dieser packung die du kaufst die schlecht ist und dann denkst du dir so hm ja will ich jetzt die essen die es berührt haben oder ich meine ich wasch die einfach ab und so aber ähm man denkt sich dann halt schon so hm das ist nicht ganz so geil ähm feigen das ist das nächste ich weiß ganz genau feigen wo ich im ersten mal in meinem leben eine feige gegessen habe das war vor zwei jahren vor zwei jahren ungefähr urlaub haben wir so eine deutschland tour gemacht also einen kleinen road trip haben wir gemacht und da waren wir dann irgendwo ich kann leider nicht mehr sagen wo genau aber ich weiß dass das da so ein straßenverkäufer war und der hat feigen verkauft und ich hab dann so gesagt so jo ich hab noch nie mehr im dem feigen gegessen dann jo was du hast noch nie eine feige gegessen komm wir äh kaufen jetzt eine und dann haben wir eine feige gekauft und ich hab dann zum ersten mal eine feige gegessen und das war echt ein insanees Gefühl so wow du schmeckst zum ersten mal irgendwas was du noch nie in deinem Leben geschmeckt hast äh was so eigenschmeckt ähm aber war halt okay ich würde lieber eine andere was essen als eine feige nochmal aber war okay ähm granatapfel noch nie probiert noch nie probiert tatsächlich ich weiß auch gar nicht wieso müsste ich also sollte ich eigentlich echt mal probieren weiss ich hier cool das sind grapefruits als nächstes äh grapefruits finde ich nicht finde ich echt gar nicht geil so überhaupt nicht üb also ab absolut bottom auf allem so wie ich das jetzt grad ähm beurteilen kann Blaubeeren allerdings oder Heidelbeeren äh wie werden die hier genannt Heidelbeeren Heidelbeeren sind Frucht die haben äh jetzt in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung gekriegt was so äh Import nach Deutschland angeht die kommen ja größtenteils aus Peru oder allgemein Südamerika glaube ich ich glaube ähm am höchsten aus Peru und ich finde Heidelbeeren auch echt cool oder echt gut würde aber die nicht vor dem Apfel packen äh Himbeeren Himbeeren habe ich auch schon ewig nicht mehr gegessen sollte ich echt mal wieder probieren würde ich aber auch hier ähm hinter Heidelbeeren na vielleicht sogar hinter hinter Bananen würde ich die sogar packen weil Bananen ist halt die Sache so die sind nicht wirklich so Früchte also es sind Früchte ja klar aber es ist nicht so was was ich manchmal Frucht erwarte aber ich liebe es trotzdem weil oftmals esse ich eine Frucht und denke mir also oftmals gehe ich so raus und denke mir so boah mich dürst jetzt grad aber ich will jetzt eigentlich kein Wasser oder so ich will jetzt irgendwie ich will jetzt einen Apfel oder so essen ich will einfach so einen Apfel reinbeißen oder eine Wassermelone und will damit meinen Durst stillen und das hast du halt bei einer Banane so überhaupt nicht ähm aber ich finde das was die Banane ist finde ich trotzdem richtig geil und äh wird die trotzdem ist die immer trotzdem sehr gerne Holunderbeeren 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 habe ich tatsächlich auch noch nie probiert ich kenne Holundersaft und sowas Holundersirup und so ähm ich hatte damals als Kind eine Phase wo ich gerne Cocktails und so gemischt habe also Cocktails in Anführungsstrichen mit einfach so ein paar Säfte zusammen kippen und äh Sirup rein und was weiß ich und hab da dann ein Cocktail draus gemacht wir haben auch ein paar Rezepte aufgeschrieben tatsächlich weiß nicht ob ich die noch irgendwo hab aber es war einfach cool immer und ich kenne Holunder an sich aber ich weiß nicht wie die Beeren schmecken also kann ich es nicht bewerten ob die genauso schmecken wie jetzt der Saft oder ob die irgendwie anders schmecken ähm ähm Avocado würde ich auch hier mit reinpacken äh vielleicht hinter die Aprikosen ich finde Avocado ich habe nie also Avocado habe ich ein paar mal gegessen aber es hat mich nie so wirklich abgeholt dass ich mir denke so yeah Avocados die sind geil hat mich aber auch nie so schlecht überzeugt wie jetzt äh in der Grapefruit wo ich mir dann denke so ja lieber hätte ich jetzt nichts gegessen ähm ja johannesbären sollten das sein ich darf das Bild nicht aufmachen das sollten johannesbären sein wenn ich mich nicht täusche johannesbären habe ich als Kind ziemlich gerne gegessen jetzt auch schon ein paar jährchen nicht mehr würde ich hier auf ok packen vor die Feige ganz klar Kirschen ich liebe Kirschen wirklich und ich würde die deswegen einfach mit zu den Erdbeeren aufpacken aber hinter die Erdbeeren aber Kirschen sind echt was verdammt geiles was ähm man echt oder was ich echt auch wieder kiloweise essen könnte auch wie bei den Erdbeeren das Problem yo ähm du hast ähm immer welche dabei die ein bisschen mein Gott warum liegt meine Nase gerade so immer wieder ein paar dabei die ein bisschen äh schlecht sind ein bisschen angefault sind ja Kiwi Kiwi ist auch stabil würde ich auf ok hier packen vor vor die johannesbären sogar johannesbären heißen übrigens in Österreich äh riebiesle nochmal so nebenbei einen kleinen Exkurs und wir haben da mal eine Englisch Schulaufgabe oder einen Vokabeltest oder so geschrieben frag mich nicht mehr warum aber da war tatsächlich das Wort johannesbäre drin so halt auf Englisch ich glaube auf Englisch sind johannesbären ähm ähm was sind raspberries raspberries müssten johannesbären sein und das war halt da drin und ein Freund von mir der Österreicher ist hat dann halt riebiesle geschrieben und hat dafür aber keinen Punkt gekriegt tatsächlich am Ende ähm ja Limetten ich weiß nicht was ich bei Limetten bewerten soll ich habe hier Zitronensaft oder Limettensaft Zitronensaft aber Limettensaft ist halt auch ziemlich geil ähm würde die aber trotzdem hier hinten hinpacken vielleicht vor ne ich würde eigentlich echt nicht einfach so eine Limette weg snacken das da kann ich Zitrone eigentlich auch hier hinten mit hier mit hinten hin machen aber Zitronen sind halt einfach besser als Limetten weil Limetten sind nur so Zitronen light finde ich ähm ja kann ich auch nicht recht viel mehr dazu erzählen Lichis würde ich hier oben mit hinpacken sind halt auch verdammt scheiße zu schälen und alles ähm ja kann ich auch nicht recht viel mehr dazu sagen ähm sind das jetzt Orangen oder Mandarinen ne Mandarinen Mandarinen sind im ähm Spätherbst oder in Mitte Herbst so sind die echt am geilsten und ich würde die absolut auf Epic packen wenn nicht sogar wenn die sich nicht sogar hier hoch pushen können ähm absolut verdammt geile Früchte und wenn du wenn du im Büro bist oder in der Schule oder im Klassenraum so zu Hause auch einfach nur und dann so eine Mandarine schälst riecht einfach das ganze Haus nach fucking Mandarinen und ich lieb's einfach ähm Mango Mango würde ich essen wenn nichts anderes da ist ich mag Mango tatsächlich ziemlich gern aber da auch wieder das Problem mit dem Schälen und das ist mir halt einfach viel zu viel Arbeit so jetzt haben wir hier Melone das ist halt äh schon ziemlich faul weil nicht jede Melone ist eine Melone oder was heißt nicht jede Melone ist eine Melone sondern nicht jede Melone schmeckt gleich ich will mich hinten an ich wollte nicht Grafik kopieren ich wollte jetzt das ist eine Papaya okay ähm ich würde aber trotzdem ich glaube Melone auf Estier wenn also auf Estier ganz vorne packen glaube ich ich finde Melonen halt echt geil aber es muss halt schon eine richtige Melone sein ich glaube ich finde Erdbeeren noch geiler aber wenn es so wenn es so eine richtig saftige richtig geile Melone ist dann würde ich die glaube ich sogar auf also auf Platz 1 setzen ansonsten würde ich glaube ich Erdbeeren ähm noch nach vorne setzen weil du bei Melone hast halt wieder auch das Problem du musst die so krass aufschneiden und das dauert so lange und dann hast du so viel davon und musst dann wieder die Hälfte in den Kühlschrank packen ähm was ich auch nicht so geil finde weil entweder ich habe noch nichts gefunden also entweder die Melone nimmt dann halt den Geschmack an von dem Scheiß den du im Kühlschrank liegen hast was echt nicht geil ist dann wenn du so ein Stück Melone isst und dann so mhm ja Gauder oder du musst die halt in dieser Klarsichtfolie äh Klarsichtfolie in dieser Frischhaltefolie einpacken was halt auch echt nicht so geil ist und dann holst du die aus dem Kühlschrank raus und denkst so ja geil jetzt Melone dann schneidest die so eine halbe Stunde und willst dann reinbeißen und dann ist die verdammt kalt und nicht so geil und denkst dann musst du warten bis sie bis sie ein bisschen wärmer geworden ist und ja ne ist nicht ist nicht so cool Orangen sagen jetzt viele oh Orangen sind doch nichts anderes als Mandarinen äh doch die haben schon einen enormen Geschmacksunterschied finde ich und deswegen kommen Orangen auch nur auf okay lass mich nochmal ganz kurz nachprüfen ja es sind Orangen äh äh Papaya nie probiert ähm das sind jetzt Pfirsiche Pfirsiche würde ich wahrscheinlich zu den äh zu den zu den zu den ne ach was war das nochmal äh Aprikosen packen und da würde ich dann auch gleich ne das ist doch keine Pflaume das ist doch das ist doch keine Pflaume das sind doch Pflaumen das sind Pflaumen das sind Pflaumen und und dann gab es nicht noch ein drittes ok jetzt bin ich gerade leicht verbührt aber die sind halt auch nicht so geil äh Physalis selbe Schicksal wie ähm die drei Kollegen nicht so geil ist halt fancy wenn du das irgendwo auf einem Nachtisch oder so kriegst dann ist halt schon so ja ich würde die jetzt schon hier packen dann ist halt schon fancy aber nicht so geil dass ich mir denke yeah ich muss mir jetzt einen ganzen Korb voll für Salis kaufen äh Preiselbeeren oh Preiselbeeren Marmelade ist beim äh bei 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 schnitzel verdammt geil ähm ich finde Preiselbeeren an sich auch ziemlich ok eher so in die Richtung würde ich jetzt essen wenn nichts anderes da wäre aber ich würde schon eher eher als alles was hier unten ist würde ich schon Preiselbeeren essen tatsächlich äh rhabarber nie probiert das hier sind sand sanddorn äh waren das sanddorn waren das die kleinen äh aprikosen Dinge äh nicht aprikosen Orangen die du einfach mit Schale hast sanddorn ähm 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 mandarin die du einfach mit oh nein die du einfach mit Schale dann ne zusammen isst die habe ich einmal gegessen die waren jetzt echt nicht so gut gut ich würde die hier hinpacken wenn nichts anderes da ist ess ichs äh stachelbeeren ähm muss ich hier unten glaub ich hinpacken weil da habe ich einmal welche gekauft die waren mies sauer also echt äh nicht ganz so geil aber die waren halt schon gut also die waren schon man konnte sie schon essen ich würde keine mehr essen deswegen packe ich die auf mies schlecht und ja mehr gibt es dazu nicht zu sagen ähm Weintrauben wenn 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 Weintrauben so richtig geschmacksvoll so richtig geil sind wie zum Beispiel ein Wein da ne Spaß ähm wenn Weintrauben so richtig saftig sind und richtig ähm reif dann kann ich euch da Weintrauben echt nicht aufhören zu essen to be honest deswegen auch einfach auf Epic gibt es keine ähm gibt es keine zweite Meinung meiner Meinung nach Zitronen Zitronen esse ich ist es nicht so dass ich mir jetzt Zitronen kaufe und mir denke so ja jetzt mal so eine Zitrone schälen und essen darauf habe ich jetzt Bock ist mir noch nicht passiert aber wenn ich Zitronen weißt du mal Zitronen der irgendwie bei äh bei einem Schnitzel oder so dabei habe ich mag es echt nicht wenn ich die drüber packe so übers Fleisch oder so das pack ich echt äh das mag ich echt nicht ähm das mag ich echt nicht genau aber wenn die halt dann so dabei liegt dann snack ich die halt danach weg so dann habe ich die halt da liegen und alles ist fertig dann snack ich die weg das schon äh Zwetschgen würde ich tatsächlich hier hin packen sind ja okay ja vielleicht ein bisschen übertrieben ich glaube ich mag Kiwi und Alana ist doch lieber sind okay Zwetschgen aber Kiwi und Alana ist immer lieber da ähm ich schaue nochmal ganz kurz durch ob ich vielleicht noch irgendwie was ändern würde aber nein nö ne ist für mich eigentlich alles so stabil dann hast du es tatsächlich mit meiner Früchte Tierlist äh ich hoffe euch hat es gefallen lasst ein Like und ein Abo damit was dir gefallen hat doppelt hält besser ähm und schaut beim nächsten Mal vorbei wenn ich wieder eine Tierlist mache ich mag Tierlisten echt und ich will noch ein paar machen vielleicht auch mit ein bisschen mehr an popular opinions ihr könnt mir ja in die Beschreibung schreiben ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben was eure Lieblingsfrucht ist und könnt ein bisschen diskutieren aber ich würde sagen haut rein und ciao